Achso, ohoho, Hehehehe EAAH Mory Mory Du brauchst dich nicht zu extrakten. Nee, Digga. Moment. Wenn das durchgegangen ist, ich flippsch alles da. Oh, 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 oh. Ah, Mori. 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 Er top. Ich auch. Schätz dich mal nicht. Wie gesagt, beschätz dich mal nicht, Bruder. Okay, Kasch, schaffst du es, wenn du von der Rampe springst über den Zaun? Alex, wenn du richtig Tempo machst? Weiter bin ich tot. Meinst du? Glaubst du, du stirbst? Glaubst du, du stirbst, wenn du von der dritten Etage sprichst? Nein, ohne Quatsch. Meinst du, du stirbst? Ja, ja, safe. Meinst du wirklich? Ja. Wir werden das jetzt rausfinden. Ich bin tot. Ja, man stoppt. Der Schreiber war ganz schön. Das habe ich noch richtig gelesen, das ist doch ein Sumpf. Oh, ein Sumpfskelett. Das kannst du nicht mit mir machen. Digga, der Big Leap. Digga, dieser Big Leap ist einfach so ein Joke, ne? Du weißt schon, dass du gleich gefickt bist und hast trotzdem Haare drangenommen, Digga. Himmelnase. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Recht, das geschieht dir recht. Ähm. Ah, Schmettersound nur rechts die Granate. Ach so. Goodbye, CMS. Tschüss, Batterie. Tschüss, Ducktape. Ciao, Plexiglas. Tschüss, Kabel. Tschüss, Zange. Du warst was Besonderes. Ach, Mann. Tschüss, Rick. Tschüss, Brille. Tschüss, Rucksack. Tschüss, Ballerklava. Wir sehen uns bald wieder. Es war so schön mit euch. Tschüss. Lighthouse. War echt toll mit dir. Okay. Na los. Los geht. Fahr los. Play. Wo ist der Play-Knopf? Da oben. Brr. Sehr gut. Er hat sich schon gelohnt. Ich will auch endlich mal... Oh mein Gott. Das sind sogar Goons. Das sind die Goons. Au. Äh, äh. Mama. Okay, ich will da nicht hin. Wollen wir die umbringen? Hast du eine Schlüssel bekommen? Ja, ja. Oh mein Gott. Lebst du noch? Ja. Woher, 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 woher. Unten steht einer, der wartet auf dich. Den oben habe ich. Der andere im E.G. lebt noch. Wo bist du? Ich bin Hausmeister. Okay. Also außerhalb noch. Hab den. Nice. Und ich muss mich erstmal hochheilen. Aber dass der Schreiter jetzt umgefallen ist, hast du gesehen? Ja, ja, ja. Ich sehe, was du machst, aber... Ich sehe dich halt nur als Rucksack auf dem Fußboden genau rumkriechen. Also kannst du mal bei mir gucken vielleicht. Dann siehst du dich noch. Ah, hüpf. Ah, shit. Er ist schon wieder so wild. Squee, der Backpack. Er ist schon wieder so wild. Oh, es ist ein Stein vor mir. Oh, es ist ein Stein vor mir. Alter, ich... Dieses Ding macht mir innere Freude. Das ist unbeschreiblich. Zurück ist kein Ding. Zurück ist kein Ding. Oh. So hier. Ja, geil. Hey. Hello. Hello. Was der Hölle war das? Da kommen Zecken, Jungs. Da kommen die Zecken. Passt auf. Oh, ich hatte Spaß. Werde ich von meinen Teammates verarscht. Alle sich ermeilen. Kann hier nicht auch Loot drin sein, so? Hier ist doch bestimmt eine Red Poison drin. Das ist eine ziemlich große Halle. Die haben so eine bestimmte Randlage. Entschuldigung, ich suche hier eine Red Poison. Sorry, zu spät gehört. Vielen lieben Dank, Mann. Ich wusste es doch, Digga. Komplett ums Gebäude nochmal rumrennen. Die Gefahr schätzen. Schnell hinwerfen für den Move. Ah, kommt er raus? Nee, okay. Dann um die Ecke rum. Ja. Oh, scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, wo der ist. Fuck, fuck. Wow, 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 wow. Hier nochmal. Ich will nochmal ein bisschen jiggeln und hier. Oh, ja, ja, ja. Ja, oh, oh, wo ist der andere? Einen haben wir, Leute. Einen haben wir. Aber wo ist der zweite? Also hier nochmal rausspringen. Und oh, da steht er. Hinter dem Kasten. Oh, wir haben ihn. Heftig. Das ist so ein bisschen, was aussieht. Schweinereien. Entschuldigung. Wo sind die hin? Die habe ich doch eben angeklickt. Die lag doch da. Jetzt ist sie weg. Kann mir einer helfen? Bitte helfen sie mir. Mir fehlt da eine Waffe. Die 40 Schuss Maschinengewehr gerät. Auch in deinem Backpack. Oh. Soll ich. Tschüss. Ich muss weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.